Lossburg im März 2017. Auf Einladung des Maschinenherstellers Arburg kommen mehr als 7000 Besucher aus der ganzen Welt in den Schwarzwald, um sich über die neuesten Trends im Kunststoffspritzgießen und den Möglichkeiten von Industrie 4.0 informieren zu lassen. Aber das Thema Industrie 4.0 ist für uns wichtig, es ist aber kein Wert an sich. Wir beschäftigen uns hier in der Effizienz-Arena mit dem Thema, unsere Kunden erfolgreich zu machen und binden deswegen das Thema Industrie 4.0 in unsere langjährige Bemühungen, Produktionseffizienz unserer Kunden zu steigern ein. Und dieses Konzept geht auf. In einem eigens für dieses Thema errichteten Demo-Bereich erleben die Besucher hautnah, was das bedeutet. Aber warum eigentlich Arena? Das Konzept Arena lässt sich auch im räumlichen Sinn diskutieren. Wir laden hier Partner ein, wir zeigen hier eine Prozesskette. Das heißt, wir zeigen nicht nur unsere Kunststoffspritzgießmaschinen, sondern einen ganzen Wertschöpfungsprozess. Wir sind Aussteller auf allen wichtigen Kunststoffmessen dieser Welt. Die Technologietage haben zwei große Vorteile. Zum einen können wir hier die gesamte Breite unseres Produktprogramms sehr intensiv vorstellen. Zum anderen können wir den Kunden an die Hand nehmen, ihn mit in die Produktion nehmen und ihm zeigen, worauf die Qualität unserer Produkte basiert. Wir haben den Kunden hier einen ganzen Tag lang, das ist richtig, aber auch der Kunde hat uns einen ganzen Tag lang. Das heißt, es ist schon eine unterschiedliche Art der Kommunikation hier auf diesen Technologietagen. Ich habe jetzt auch gerade gesehen, hier individualisierte Massenfertigung. Durch die neue additive Fertigung auch hier bei Arburg hat man hier unbeschreiblich viele Möglichkeiten. Und es wurde mir jetzt gerade auch signalisiert, dass das auch ein großer Zukunftsmarkt ist. Ich sehe das genauso, das wird immer mehr kommen. Und da freut es mich natürlich, dass unsere Unternehmen hier aus Baden-Württemberg, Arburg, hier ganz vorne mit dabei sind. Und hier Technologieführer darstellen und dadurch natürlich auch wettbewerbsfähig sind am Weltmarkt. Der Begriff ARENA steht sprichwörtlich für das Konzept dieser Ausstellung. Diese Ausstellung Effizienz-Arena meint ein gemeinsames Tun von Arburg mit Kooperationspartnern. Wir wollen unseren Kunden den bestmöglichen Überblick über ein Thema bieten. Und damit hohen Wert auf eine umfassende Information legen. Jeder einzelne Prozessschritt wird hier nicht nur präsentiert, sondern von den Besuchern selbst gestaltet und beeinflusst. Am eigenen Beispiel lässt sich die Komplexität von Industrie 4.0 eben am besten verstehen. Als global agierendes Unternehmen haben wir bei den Technologietagen rund 50% internationale Erstbesucher hier auf dieser Veranstaltung. Und natürlich ist bei den einzelnen Themen die Durchdringung des Marktes um den Globus durchaus national unterschiedlich. Das heißt, hier kommen auch internationale Besuchergruppen hin, die mit diesem Thema zum ersten Mal konfrontiert werden. Und deshalb besondere Ansprüche an den Informationsgrad einer solchen Ausstellung haben. Gemeinsam mit diversen Partnern aus unterschiedlichen Branchen zeigt Arburg hier, was möglich ist. Unser Ziel ist, komplexe Prozesse hier schlagkräftig und fokussiert in einfachen Bildern zu transportieren. Und das zeichnet auch den Erfolg dieser Effizienz-Arena aus. Das ist das Möge-Raus-Artikel hier. Das ist das Möge-Raus-Artikel. Aus.